Warum hostet mich jemand, den ich nicht mag? Ich hab jetzt keine Zeit für euch. Leben Zeit, vielen lieben Dank. Oh, das ist immer so krass, Mann. Ihr seid alle da rüber, meine Freunde. Und ihr lasst Grüße da und seid freundlich, ja? Wir sehen uns morgen wieder, meine Freunde. Geht alle jetzt da rüber. Ich will seine Reaktion jetzt filmen. Maschallah. Wir sehen uns morgen Abend wieder. Danke für den geilen Stream, meine Freunde. Küsschen aufs Nüsschen und wir sehen uns dann die Tage wieder. Macht's gut. Ciao, 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 ciao. Leute. So, dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal rein, Digga. Das ist jetzt kaputt. Ja, schauen wir mal, Digga. Oh, nein. Was passiert denn hier? Du wurdest gebottet, Alter. Was ist denn hier los? Du wurdest wahrscheinlich gebottet, oder? Nein. Du wurdest... Ich wurde gebottet, Bruder. Was ist los? Du wurdest gebottet, Digga. Oh, nein. Du wurdest gebottet, oder? Oh, jetzt wurde ich gebottet, Digga, von irgendwelchen Pepegasöhnen, Alter. Digga, das ist... Was für Rewe, Alter. Wer mich Rewe ge... Ach, komm. Wahrscheinlich hat mich Rewe geradet, Alter. Doch, Bro. Das hab ich gemacht. Schmutzpots, Alter. Rewe Gang, yo. Oh, nein. Und auch nicht Rewe. Warum hostet mich jemand, den ich nicht mag? Oh, chillig. Chillig. Chillig, Bro. Ja, Bro. Was soll ich sagen? Das ist... Kannst du mir mal jemanden ganz kurz erklären? Was für... Was für Rewe, Alter. Seid ihr jetzt ernster vom Rewe? Bitte sein Bots. Junge. Och, nee. Was für Rewe. Geil. Pepega, gar nichts Pepega, Alter. Geil. 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 Ich muss dir mal ganz kurz einen Stecker bestellen. Entspannt euch mal, Chat, Alter. Ich muss jetzt einen Adapter bestellen für diesen Sch***. LED. Was ich mir bestellt hab in Amerika, Junge. Geil. Das ist ein sympathischer Typ. Ich hab jetzt gar keine Zeit für euch Bots, Alter. Das ist ein sehr sympathischer Kerl. Der wird's noch... Moment. Der wird's noch weit auf Twitch schaffen. Gar keine Zeit. Der wird's noch... Och. Der wird's noch richtig groß werden. Ja. Vielleicht sollte ich mir dann die Kanäle anschauen, die geradet werden. Wir haben den zweiten Papa Platter geradet. Ich hab jetzt keine Zeit für euch. Wir haben den zweiten Papa Platter geradet. Ja, tut mir leid. Da haben wir uns wohl den Falschen rausgesucht, Alter. Entspannt. Wenn es ein Review-Host war, da sieht man mal, wie korrekt seine Zuschauer sind. Erstmal rein beleidigen, Alter. Also, du hast die Zuschauer beleidigt, Bro. Deshalb. Stimmt, ich hab jetzt keine Zeit für euch, Chat, Alter. Falsche Reaktion. Ganz falsche Reaktion. Aber gut. Vielleicht finden wir da beim nächsten Mal jemand, der ein wenig freundlicher ist. E-Eher. Ich muss ganz was überlegen, wer den Raiden nicht bekommt. Chef Strobel auf jeden Fall. Moin oder der Trimax hier? Nicht. Raide doch den Typen von letztes Mal. Nee, stimmt. Ich suche mir immer kleine Leute aus. Ganz vergessen. Ja, genau. Letztes Mal kamen deine ganzen Zuschauer und haben gesagt, du hast so voll den unsympathischen Typen geradet. Ich rate deswegen keine Random-Leute mehr. Doch, ich hab das jetzt. Ich muss jetzt aber so ein E-Girl raiden, mit wenig Zuschauern. Chat, Alter, wen nehmen wir? Wer sieht denn cool aus? Alter, hier. Die ist es. Sie wird's heute, Leute. Keine Ahnung. Die wird richtig sauer sein. Also, Chat, rüber da. Und dann sehen wir uns morgen Abend wieder. Genau, morgen Abend wird geil. Nimmt am Raid teil. Lasst Grüße da. Die wird sich bestimmt auch richtig aufregen und mich auch genauso hassen wie der andere Typ. Also, dann lege ich die einfach an. Vielen lieben Dank fürs Folgen. Dankeschön. Oh nein, sie weiß nicht, was los ist. Oh nein. Ich hab ein Raid verpasst, Leute. Leute, ich muss aber mein Baby gleich mal füttern. Och, Sch***. Vielen lieben Dank. Ich kann so schnell gar nicht lesen. Leute, ich muss mein Baby gleich füttern. Sie ist cool. Sie ist lieb. Aber schön, dass du da bist. Sie ist lieb. Nach der Babypause back im Game. Die freut sich. Die ist glücklich. Wunder, wundervoll. Guck mal, Akani. Wir machen Leuten eine Freude. Ihr seid manuell hier. Ihr seid manuell hergekommen. Ist Star Wars-Streamerin. Cosplayerin. Star Wars-Streamerin. Das ist doch geil. Alles Gute zum Baby. Danke schön. Das ist cool. Let's go, Akani. Talk-Champ in den Chat. Aufdrücklich. Oh mein Gott. Da kommen sogar Subs rein. Das schüttelt da im Hintergrund das Baby. Vielen lieben Dank. Ja, ich würde sagen, wir haben es mal wieder geschafft, meine Freunde. Da ist jemand endlich mal dankbar und glücklich. Geil, Alter. Ich raide heute keiner meiner Kollegen, weil ich tatsächlich wieder jemanden raiden möchte, der super wenig zuschaut. Wir nehmen wieder jemanden aus dem Just-Chatting-Bereich. Da brauchen wir mal jemanden, der weniger Zuschauer hat. Der sieht nett aus. Eichenmann, geiler Entertainer und Elb-Präsidenter des Eichenlands. Checken wir mal ganz was aus. Wer ist das? Was macht der? Ich will wissen, was der macht. Der sieht interessant aus. Den raiden wir rein. Ich sehe den. Alter, was ist denn hier los? Jetzt wollen wir mich verarschen oder was? Ich weiß nicht, was los ist hier. Raid, Raid. Was für ein Raid denn? Ich sehe nichts, Freunde. Ich sehe nicht, was hier los ist, weil ich den Ton ausgemacht hatte. Wer ist das, Samuel? Du hast gerade von einem Revi, ich habe Revi-Inside oder sowas, 3.000, 5.000 Leute hast du gerade. Du hast 5.000 Zuschauer. Nein, habe ich nicht. Du hast 5.000 Zuschauer. Ich kenne Revi nicht. Revi. Revi-Inside. Revi-Inside. Ich weiß nicht, wer du bist. Ich hatte hier alles auf leise gestellt. Warum auch immer. Ja, Revi, weiß ich nicht. Also, ich fände es geil. Vielen Dank. Ich weiß nicht, warum du es gemacht hast. Vielleicht kannst du mich ja mal anrufen, wenn du Bock hast. Dann können wir uns mal kennenlernen. Wer ist Revi denn? Kannst du den mal mal... Revi-Inside ist ein YouTuber, hat über eine Million Abonnenten, ist ein großer YouTuber und Twitch-Streamer. Ist er jetzt hier irgendwo vertreten, dass ich mich bedanken kann? Er kann ja dann, ja, er ist dann, also er ist vertreten, denke ich mal. Revi, ruf bitte an, lass uns schnacken. Das würde mich mal alles interessieren, warum du so gönnerhaft mir hier so einen fetten Raid rüber geschickt hast. Finde ich Astrein. Boah, Alter, das ist ja 3,1,6 und 16. Applaus. Astrein. Applaus. Das ist stark. Das ist stark. Herzlich Willkommen in meinem Channel hier, dass ihr, ich schätze mal, was steht da hier, 5700, dass ihr hier mir, dem älteren Herren folgt, finde ich stark. Euch kenne ich nicht von Revi, weiß ich auch nicht, wer da ist. Ich würde mich freuen, wenn er das nicht heute schafft, wenn er weg ist. Ja gut, Revi, wenn du das hörst, ruf an, schnack mit dem Elfpräsenter aus dem Eichenland, Hamburger Schnack. Und ich bin jetzt hier wieder raus. Astrein sammeln. Astrein, Kolde. Jupp, ciao, ciao. Endlich, ciao. Revi hat 3 Millionen Follower auf YouTube, das ist, äh, top. Jo, servus, hier ist der Revi, Inside. Hallo Revi, bist du auf Twitch in Gange jetzt oder du kommst von YouTube oder wie? Ähm, nee, ich bin gerade nicht auf Twitch. Und du hast jetzt nur mal so den Anrufer bekommen, dass du anrufen sollst oder wie? Ja, genau. Was machst du denn, wenn ich fragen darf? Was machst du denn auf YouTube? Wie muss ich mir das denn vorstellen? Boah, ist das aufgelebt? Fake oder was? Das ist ja, das ist ja sch... Wir raiden noch bei irgendwem rein, Leute. Wir haben es, wir haben es gesagt. Wir machen es noch einmal. So, Chat, nehmen wir sie. Wir gucken kurz rein. Leute, lasst Grüße da. Sehr sympathisch. Rüber da, meine Freunde. Ah, ähm, ähm, Revi, Inside. Vielen lieben Dank für dein, ähm, Rate, äh, Geradet. Dankeschön. Hey, gerne. Hi, hi, let's go, let's go. Hallo Leute. Gerne, gerne. Herzlich willkommen. Ich bin froh, euch zu sehen. Ich bin auch sehr froh. Äh, Revi, warte mal, ich hab sehr schnell deinen Namen gelesen. Ich muss schnell, äh, schauen, wer das genau war. Weil ich hab ganz kurzer Namen gesehen. Ja. Und jetzt ist schon der Name weg. Und vielen lieben Dank für den Follow, Leute. Dankeschön. Oh, das ist aber so krass, Mann. Revenside. Ich muss kurz gucken, wer das ist. Ganz, ganz wild. Ganz, 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 ganz wild. Ich glaube, ich kenne ihn nicht. Vielen lieben Dank, Revenside. Hey, gerne. Liebend, liebend, gerne. Dankeschön für deinen Follow, äh, für deinen Rate. Ja, ja. Was macht sie so? Holzview? Horror Adventure COD. Ist auch nicht schlimm. Oh, du stabiler Rechner hier, Alter. Nein, kenn ich leider nicht. Aber vielen lieben Dank für deinen Rate. Dankeschön und herzlich willkommen. Hey, liebend, gerne, Mann. Leute, perfekt. Also, was soll ich sagen? YouTube-Show Instagram? Nee, nee, lass einfach. Ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall hier eine nette Rate-Compilation zusammengestellt. Der ein oder andere hat sich gefreut. Andere haben sich nicht gefreut, was soll ich sagen? Aber all in all, meine Freunde, hat das doch ganz gut alles funktioniert. Eigentlich waren ja alle bis auf eine Person. Ja, gut, wir sind gerade auf deinem Instagram-Profil. Ja, das bin ich, genau. Nee, ich kenne ihn wirklich nicht. Ist kein Problem. Aber voll heftig. Vielen lieben Dank für deinen Rate. Hey, liebend, gerne. Liebend, liebend, gerne. In dem Sinne, meine Freunde, wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut bei allen Kanälen vorbei. Hey, bis auf den einen. Grüße geht raus. Und ja, das war's von diesem arschgeilen Video, meine Freunde. Macht's gut. Haut rein. Bis dann und ciao. Leute, auf Wiedersehen. Tschüss.